Auf dem Rücken der Pferde, so heißt es, liegt das Glück dieser Erde. Die edlen Tiere sind für uns Menschen beliebte Freizeitkameraden. Man kann auf ihnen dahin galoppieren oder gemächlich über Wiesen und Felder traben. Doch nicht nur das, Pferde sind zugleich wichtige Nutztiere und werden vielerorts noch als Arbeits- und Lasttiere genutzt. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte Die Inhalte Attel Was Untertitelung des ZDF, 2020